Sie sind hier 8. Januar 2019, 22.31 Uhr, von Sport1, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern, verkleinern Gianluca Gaudino, er, mit Xabi Alonso ist derzeit vereinslos Urheberrecht, get the images, Gianluca Gaudino, Lucas Scholl, Sinan Kurt, Pierre-Emil Hojewerk und Co. Sport1 zeigt, was aus den Bayern-Talenten von einst wurde. Millionen Fußball-Talente träumen davon, einmal für den FC Bayern München aufzulaufen, doch für viele, die es geschafft haben, ist diese Ehrungenschaft ein zweischneidiges Schwert. Bei keinem Klub in Deutschland ist es schwieriger, sich als Nachwuchstalent in der ersten Mannschaft zu etablieren. Nirgendwo sonst ist die Konkurrenz so hart, nirgendwo sonst der Druck so groß. Am Ende bleibt vielen nur die Flucht zu einem anderen Klub, wo sich die Vergangenheit als ehemaliges Bayern-Talent auch nicht selten als Bürde erweist. Gianluca Gaudino, Lucas Scholl, Sinan Kurt, Pierre-Emil Hojewerk und Co. Sport1 zeigt, was aus den früheren Bayern-Youngstern wurde. Anzeige, jetzt das Trikot des FC Bayern München kaufen, hier geht es zum Shop. Jetzt die Sport1-App herunterladen. Sport1 ist die Nummer eine Plattform, wenn es um Live-Sport geht. Livestreams, Live-DK und aktuelle Berichterstattung aus allen Bär. Mehr Wir sehen uns beim nächsten Mal.